Mein Name ist Andreas Trienbacher, ich bin Pörsel-Trainer, Ernährungsberater und Online-Coach. Ich betreibe diesen Beruf seit über 25 Jahren. Ich habe mich spezialisiert auf funktionales Krafttraining, Stretching, Cardiotraining und natürlich auf die Ernährungsberatung. Ich bin zum Beruf gekommen als kleiner, schmächtiger, junger Kerl mit unter 60 Kilo, hatte Bedarf an Krafttraining und habe festgestellt, dass dieser Sport mir extrem viel Spaß macht und habe dann diesen Sport bzw. ein Hobby zum Beruf gemacht. Und somit betreibe ich heute noch meinen Sport leidenschaftlich und gebe das natürlich auch meine Kunden weiter. Untertitelung des ZDF, 2020